Hey ihr Schnitzel, willkommen... Oh scheiße... Mann, fuck... Mist! Naja, wenn ihr es schon wisst, dann... ...erzähl ich es euch auch. Ich kann mich erinnern, als wir es erst gestern gewesen... Oh fuck! Oh mein Gott... Oh... Das hat... Oh mein Gott... Mein Gesicht... Oh fuck... Scheiße... Oh mein Gott... Oh mein Gesicht... Oh fuck... Oh... Scheiße... Oh mein Gott... Ich muss hoch... Ich muss hoch... Ich muss nicht... Ich brauch... Ich brauch ein Pflaster... Oh mein Gott... Oh fuck... Ja... Und... So ist das hier passiert... Ja... Hm... Naja gut... Außerdem... Wollte ich euch noch sagen... Dass ich eine andere Maske habe... Und zum... Und zwar... Diese hier... Okay... Ja... Das ist eine Saummaske... Ich kann sie mal kurz wechseln... Und... Los... Ja... Das ist äh... Meine Saummaske... Es ist schon ein bisschen Grundblick... Oh... Ich bin glücklich... Ja... Also... Die Maske... Oh mein Gott... Also... Das werde ich bei Halloween anziehen... Oh mein Gott... Und... Ja... Genau... So... Ja... Zum Wähler... Und zum... Mir... Halt... Ah ja... Was ich euch noch sagen wollte... Mal mein ich muss kurz wechseln... Okay... Was ich euch noch sagen wollte... Was ihr jetzt hier seht... Oben... Auf dem Titel... Steht... Wochenende mit der Zwiebel... Es ist... Wärmstag... Egal... Ja okay... Ja... Es ist Samstag und... Ich würde mal sagen... Ähm... Wenn es... Freitag, Samstag und Sonntag ist... Versuche ich... Versuche ich... Ein Video... Zu machen... Mit... Wochenende mit der Zwiebel... Ja gut... Gut... Was ich euch... Noch... Zeigen wollte... Ah ja... Gut... Was wollte ich noch... Ich überleg mir kurz... Ich habe es mir jetzt überlegt... Also... Ich hole kurz mein Schmuckstück... Ja... Da ist mein Schmuckstück... Und ich... Ups... Also... Hoppla... Also ich habe jetzt in... Denk... In der PlaySuite... Habe ich jetzt schon wieder Playstation Plus... Es ist wieder aufgelaufen... Wie bei... dem einen Video... Was ich gesagt habe... Müsst ihr mal schauen... Bei meinem letzten LP-Video... Paranormal... Oh mein Gott... Ja... Panik... Ja... Okay... Gut... Ähm... Ich habe... Um kurz zu formulieren... Ich habe... Auf der PS Vita... Gratis bekommen... Weil ich Playstation Plus habe... Ja... Gut... Ich darf sie kurz weglegen... Ja... Das wollte ich euch eigentlich nur sagen... Ja... Ah... Ahn... 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 Gut... Ja... mehr Gutsch! Oh mein Gott! Mad! Ja gut! Na ja! Gut! Was soll ich noch sagen? Die extra Videos seht ihr in dem anderen Video was ich mache wie ich das gemacht habe und wie lange das gedauert hat das seht ihr in einem anderen Video wie auch gesagt Ja gut! Wir sehen uns! Auf meinem Gesicht könnt ihr klicken wenn ihr das Info-Video sehen wollt oder unten in der Beschreibung ich weiß nicht ob ich das mit dem Gesicht mache Na ja! Gut! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!